hallo und herzlich willkommen ich bin lautschmann und ich begrüße euch wieder bei judgment jawohl und wie ihr schon oben rechts in der ecke sehen könnt müssen wir die sicherheitskamera des kyushu number one star finden und deswegen markieren wir uns das erst mal ein karte haben wir hier kann aber hier kann mal karte haben wir hier wo müssen wir eigentlich hin denn wo ist es hier hier müssen wir hin die sicherheitskamera müssen wir finden so genau über allen uns mal wieder ein bisschen wir haben ja in der letzten folge den zeugen gefragt ja das hatten wir schon so stimmt das hatten wir schon weil ab da habe ich abgespeichert und deswegen kam das gespräch jetzt hier noch mal nicht weil er euch jetzt wunderte warum muften denn schon wieder an und habe die gleiche scheiße so jetzt sind wir da jetzt sind wir da so ok hier wurde sei auch verprügelt es gibt also eine kamera hoffen wir dass hamura auf den aufnahmen zu sehen ist genau so ermittlungen abgeschlossen genau fall beenden so sehr schön das hätten wir auch das hat wieder punkte gegeben weiß gar nicht wie unser aktueller punktestand ist aber gut auch ein hinterhalt Oha. Oh. Ja, dropkick. Ja, nice. Oh. Oh. Komm schon. Ja, ein Kaiser. Das war ganz super. Jawohl. Wenn wir mal sehen, wer hier sterben wird. Oha. Das ist unfair. Oha. Das ist diesmal nicht aus Holz. Komm mal, ob wir entgreifen können. Aua. Komm. Yeah, bam. Surprise, motherfucker. Komm schon. So, naja. So, was haben wir denn eigentlich? Ah ja. Oh nein. Oh nein. Ausstehen. Nicht ausruhen. So, komm. Wie konnten wir ihn eigentlich kümmern? Und ich glaube, unsere Spezialität. So. Ja, jetzt geht es mit Kaido auf ihn. So. Anzack. Komm schon. Ja. So, komm. Alter, hallo. So. Nice try. Yeah, baby. Ah. Oh, oh. Oh Gott. Scheiße, scheiße. Oh Gott. Ah, jetzt können wir aber auch. Komm. Komm, wir können noch einmal Kümmer nehmen So Ey, der hat wieder neue Kräfte, ne? Die trägst du auch Alter Nein Oh Gott Oh Gott Ich muss mal kurz stiften gehen Oder hier den Kriegelschläger, ne? Komm schon Oh Mann Oh Gott Oh Gott Nein, 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 nein Nein, 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 nein Ah, das will hier keiner Komm schon, komm schon Was ist hier los? Warum muss denn der sich ausruhen? Können wir uns ein bisschen erholen? Ich will da rein Hilfe Oh Gott Oh Gott Nein 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 Oh Gott Geist du mal Geist du mal die Geschichte Oh Gott Nein Okay Wir müssen den nehmen Scheiße Nein Oh Gott Er hat uns besiegt Kacke Scheiße Natürlich wiederholen Oh Gott Kacke Wir waren gar nicht mal schlecht Wenn er nicht da Den Kack da abgezogen hätte Mal gucken Ob wir jetzt komplett den Kampf nochmal von vorne machen müssen Was ich fast befürchte Ja, natürlich Natürlich Können wir das überspringen? Ja, zieh deine Show ab Ist in Ordnung Fuck, 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 fuck So, komm schon Bäm Oh fuck Ah, das war schon mal blöd Ey Komm, komm, schnapp dir den Schnapp dir, ey Schnapp dir den doch Mensch Mann Komm, wo ist er denn? Okay Scheiße, warum kann ich denn jetzt keine Aktion machen? Jetzt Okay Bäm So Jawohl In your face So Tour de France 14 Tage Gewicht wie die Tour de France 14 Tage nur zum Reintreten Alle So, jetzt klappt es schon ein bisschen besser Oh Gott Oh Jetzt macht er wieder die Scheiße Kein Problem Kriegen wir aber hin So Das Zeitfenster ist da sehr großzügig, was diese Aktion angeht Oh Gott Oh Gott Ich rückte auf die Dreieckkaste. So. Ah. Würde mich mal interessieren, ob wir. Komm. Bei dem Einzelnen ist ja das besser. Oh Gott, warum? Warum? Ich kann nicht. Hallo. Ja, genau. Du Dreck-Sack, du Dreckiger. So, aber. Ja, Mann. Warum kann ich, wenn ich ihn jetzt nehme, nichts machen? Hallo. Ja, genau. Naja. Das behalte ich jetzt wirklich. Nein. Hallo. Jetzt sieht es noch beschissener aus wie vorhin. Komm. Jawohl. Jetzt so wird es gemacht. Alter. Da nickt er nur noch. Oh Mann. Oh Mann. Das war's. Ja, schauen wir mal. Wäre ja schon krass, wenn wir da mit Hamuros Alibi untermauern können. Oh, Bezirksgericht von Tokio. Ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ich habe den Begriff der Begriff auf den Begriffen des Begriffen. Entschuldigung. Dann werden wir den Begriffen des Begriffen des Begriffen. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Was? Ich weiß nicht, was ich verletzt habe. Aber wer verletzt oder wer... ... weiß ich nicht. Herr Präsident, Entschuldigung. Ich bitte um eine Minute. Ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht so. Ich habe nicht gesagt, dass ich mich nicht so. Entschuldigung. Ich habe nicht gesagt, dass ich so. Ich habe nicht gesagt, dass ich so. Ich habe gerade eine Telefonklinie geflogen. Telefonklinie? Ich habe eine Freundin, und ich habe einen Mann mit dem Handy. Ich habe mir die Begrüß-Tit-Allegegegen-Einrichtung einladen. Ich habe mich auf ein Handeln gemacht. Sie sind die Begrüß-Titzen der Murase-Titze. Ich weiß es, wie ich es über Sie wissen. Murase-Titzen hat die Begrüß-Titze gesagt. Ja. Wenn du Begrüß-Titze gesagt hast, ist meine Freundin zurückgekehrt... Ich habe sie nicht geholfen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es. Hey, wie geht's das, Yagami? Kannst du dich mit dem Kajam? Kaito, Yagami. Ich bin jetzt von KJ-Arte. Ich habe meine Frau von KJ-Arte genommen. Entschuldigung. Wie geht's das? Ich bin der KJ-Arte mit dem KJ-Arte. Ich bin der KJ-Arte. Ich bin der KJ-Arte. Das wird bestimmt nicht gerade einfach. Aber ja, okay. Was muss, das muss. So, die Kugel halten Seas Schwester in KJ Art fest. Okay, ja, jetzt haben wir neue Details. So, aber ich guck mal kurz, wegen unseren Skills, da ist wieder ein bisschen was. Und ich hab Bock sie zu verteilen. Gut, da bleibt uns nichts üblich, weil das Schluckspecht erhöht deine Toleranz für Alkohol, sodass du bedenkenlos bechern kannst. Finde ich gut. Mama. Mum in Flaschen. Lass den Alkohol in deinem Blut, deinen Zorn anstarren. Die Ex-Leiste füllt sich schneller, wenn du betrunken bist. Finde ich auch gut. Was ist das? Erhöht deine Toleranz für Alkohol? Ja, Mama, das killen wir auf jeden Fall mit Alkohol. Lass den Alkohol. Ja, genau. Machen wir auch. So, zack. Was haben wir hier? Bewusste Ernährung ist mit Bedacht und sorgen für eine ordentliche Verdauung. Erhalte durch Essen 10% mehr Gesundheit zurück. Ja. Finde ich auch gut. So, jetzt haben wir nicht mehr viel. Okay. Ach stimmt, Kampf hätten wir ja auch noch was machen können. Egal. So, gucken wir mal, ob wir hier noch schnell was irgendwie uns holen können. Aber es sieht schlecht aus. Ah, doch, hier noch was. Kippen. Beziehungsweise, ja. Skill Amateur. Ja, immerhin. So. So, das lassen wir jetzt. Alright. Okay, dann schauen wir nochmal kurz auf die Karte. Nein, auf die Karte, habe ich gesagt. Wo wir jetzt hin müssen. Wir müssen ja wieder zu K-Art. K-Art, K-Art, K-Art. Das ist hier. Kennen wir ja noch. So. Okay. Und während wir da hinlaufen, würde ich sagen, verabschiede ich mich schon mal von euch. Vielen, vielen Dank, dass er bei Folge 11 wieder vorbeigeschaut hat. Moment. Ich komme ja. 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 Ich weiß nicht. Ich habe mich in der Zeit warten. Ich bin in der KJ-Hart der KJ-Hart. Das ist gut. wir irgendwie schon hin also irgendwie werden wir herausfinden was da sache ist seid auf jeden fall wieder mit dabei wenn es dann heißt judgment dann folge zwölf ja und wir sind sehr gespannt was wir hier rausfinden und ob wir jetzt die schwester in der nächsten episode befreien können und ob er dann weiter im fall hamuro kommen schauen wir mal dann sehen wir schon seid auf jeden fall wieder mit dabei und wenn euch diese episode gefallen hat wie gesagt könnt ihr gerne mal ein like da lassen könnt natürlich auch was in die kommentare schreiben für euch da frisch vom fröhlich frei und dann sehen wir uns das nächste mal wieder bis dahin macht's gut ciao ciao bye bye